Bruck an der Mur Diese Fabrik bereitet tagtäglich hunderte Tonnen Altpapier auf. Damit effizient aus Alt neu wird, müssen komplexe Prozesse aufeinander abgestimmt sein. Über sieben Stunden wird mechanisch und chemisch recycelt, Prozessinformationen werden erfasst, Entscheidungen getroffen und Abläufe geregelt. Ein Modell der Firma EPOS-C Process Optimization ist verantwortlich, dass hier alles nach Plan läuft. Im Enhanced Model Predictive Controller laufen die Fäden zusammen. Intelligent und vorausschauend, ähnlich wie ein Schachcomputer, berechnet es den nächsten Zug und führt ihn aus. Agieren statt reagieren Ein Gewinn für das Unternehmen und die Umwelt, 20% mehr Produktion, gesteigerte Ausbeute, reduzierter Chemikalien-Einsatz. Enhanced Model Predictive Control hat es möglich gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.